moin leute und willkommen zu einer weiteren episode meiner battleground reihe wir befinden uns hier in der schlachtung gilneas auf vorderseite mit meinen schurken bloody sherry und es hat schon angefangen dankeschön dankeschön blizzard danke so was hasse ich ja wie die pest mitten in dem bg anfangen soweit sind sie eigentlich noch gar nicht aber ich wollte noch grad ein bisschen labern so ein scheiß gucken wir mal hier was wir hier reißen können der ist einfach dark freeze so schlimm auch gott leute was hier ein schlimmer name genauso scheiße wie dark shallow oh gott das ist genau auf gott oh mein gott ich muss hier weg ich muss hier weg vom dark freeze also mit so einem namen ne 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 leute ne 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 crepen uns immer den hier und verpissen uns mal hardcore hardcore mother fucker so was haben wir denn wir haben mine ok aber ww sieht glaube ich genauso bad aus wenn ich das so ansehe oder 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 ja 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 hallo er hat er hat nichts ok doch jetzt hat er schon grad sagen also wie viele palas sind hier hier hör mal auf zu babbeln mein freund babbeleine du oh gott das ist total scheiße das ist total scheiße du kriegst jetzt erst mal hier schön nieren in your face dann kriegst du mal ordentlich dämlich reingewirkt na gut so ordentlich nur auch hier nicht denn wer ist noch nicht folge giert oh gott oh komm her ah 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 oh gott oh jetzt gibt es nix es gibt nix ich ahne übles ja 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 da kommen viel zu viele wir halten es hier irgendwie irgendwie halten wir das hier ich weiß nicht wie aber wir sind down wir sind down was zur hölle alle auf den heiler mein gott alter ich habe nie überweist ich war auf den heiler what you want aber es sieht total bad aus die horde die horde da schon die allianz hat jetzt alles alles unter kontrolle was soll denn sowas so ein crap ich hasse ist mein angefangenen begehst das ist könnte ich kotzen könnte ich kotzen und würgen und wer und wer und hier ist schon was ich mein aber jetzt haben wir ja glaube ich gerade ruhe dann können wir mal gerade hier noch ein bisschen deffen ja da gehen sie alle weg da deffen mal ja da gehen sie alle alles klar so wie gesagt ich bin mit meiner bloody sherry unterwegs ihr habt es jetzt gesehen natürlich gear technisch noch nicht full equipped da haben wir hier noch paar 625er teile und hier haben wir sogar noch ein bisschen level gear das ist also ziemlich garstig und ähm ja deutsche habe ich aber aber sonst der rest ist noch ziemlich pimmelig schimmelig und pimmelig ja was ging die woche so ab ja wir haben die magische 100 abonnenten die magische 100 haben wir geknackt ähm das video habe ich am donnerstag dazu gebracht und es kam ziemlich gut an es kam wirklich ziemlich gut an besonders der anfang die anfangs minute die war ziemlich lustig muss ich sagen ich musste es mir selber immer 100 mal angucken was ich mir dafür einen rotz wieder zusammengeschnitten habe ich fand es geil also ich finde es geil und ja ich habe auch da erwähnt dass ich einen zwölfstunden livestream plane ja der wiederum aber erst im juni stattfindet das habe ich auch glaube ich in dem video gesagt weil der ganze mai bin ich ja wochen also mai technisch bin ich am wochenende meistens immer so aus bin ich total ausgebucht das können wir von daher im mai total vergessen aber im juni ich muss mal gerade überlegen wir haben hier juni juni entweder jetzt muss ich mal gucken in den ersten beiden wochen irgendwo da je nachdem in den ersten beiden wochen dort werde ich dann den zwölfstunden livestream veranstalten veranstalten genau und er wird big sage ich euch es lohnt sich auf jeden fall es lohnt sich auf jeden fall wir mal gucken ob ich da vielleicht noch jemand angel jemand dazu angeln vielleicht habe ich mal den muni ob er vielleicht bock hätte ja hier hast du so bock und trüßt eventuell wer weiß wo wir mal gucken und da kommt ein krieger da kommt ein krieger hey krieger du bist geblendet hey 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 in your face down bitch so da können wir mal eigentlich immer ein bisschen action machen würde ich sagen action 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 oh wir haben die ww das ist das ist sehr gut wenn wir ww haben da werden sie jetzt bestimmt alle ww rennen und wir könnten versuchen eventuell leuchtturm zu ja wer weiß ja wer weiß jetzt muss doch mal aufstoßen fuck oh 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 hallo 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 bist du der garstige jäger oder ist der garstige jäger in camouflage krieger ok es könnte sein dass er in camouflage ist oder was auch immer können wir ihn irgendwie aufdecken oh fuck voll ins leuchtfeuer und unsichtbar aber ich weiß wo der ist haha ah stimmt ah fuck was mach ich so ein hund haha lel und in your face new plan komm her bro komm her oh 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 das sieht zu badnest aus ah ne das sieht auch keiner zu bad aus und meine hände klingelnde winter und aber wir haben den todesstoß wir haben den todesstoß und zack going down you're going down you're going down you're going down wir werden gehealt instant und ich kann mich nicht bewegen was für ein scheiß lotterfick da sehr schön mir nie wie ja da kannst du gar nichts mehr machen und downtown d d d d d downtown d d d d d d d machen wir das wenn die ld kommen wieder wäre w so war man es einfach sein aber hier stehen gar nicht sehen uns überhaupt nicht sind wir sind die braus da kommt danach oder konnte da wieder da kriegt er bringt er seinen schwuchtel haften hier parlor mit dem er gleich mal fisten hier und in ja und wie er weg rennt meint könnt weg rennen ja 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 komm her seine gastige scheiße an so ein scheiß er aufgehört zu werden alles klar jetzt aber schnell auf den dingen wie er babbelt noch mal witzig verarschen hat doch gerade erst man kann so oft babbeln wie ich will aber jetzt hast du die karte bro todesstoß der gastige schurken gibt immer hart aufs maul ja 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 naja ist das geil schön wie wir den hier eindrücken schön und wuppwuppwupp 500 ehrenhafte siegel dankeschön in your face geil wie wir hier lt halten das ist so geil so gefällt mir das leute die auf ansagen hören schön schön jetzt hören immer ein paar welcher vor der seite ja ja er hat ja auch den mächtigen bladdy sherry ab dem team ja die mächtigen bladdy sherry ja ja oh ja oh da hinten gibt jeder feigt aber das machen wir nicht das machen wir nicht wir lassen sie nicht aus den augen so nicht und hallo so schön in your face und tot von oben feldkommandant wie wir ihn fisten geil kann der dark shadow überhaupt nichts 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 kann er nie so ich glaube das war es dann wohl würde ich sagen das haben wir locker locker im sack rechtzeitig insgesamt sagen bitte 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 wo ist denn was los also hier ist nichts los g so g so d so d so nehmen wir uns auf jeden fall so jetzt aber da kommt glaube ich nichts ne der kommt nichts würde ich sagen sagen sag mal locker flogge ich big ink geht zu ww wie big ink geht zu ww wo ist ink wo ist big ink ich sehe hier nichts ja und lt lt schon mal gar nicht oder kommt der beginnke da kopfnuss und zack du bleibst mal schön stehen freund du bleibst mal schön stehen und in your face habe ich gesagt in your face sehr schön jetzt kriege ich ja auch noch den damage wo der wirbel da weg was denn das so kommst du mir nicht auch nein er kommt mir doch so leicht davon aber trotzdem ich hätte ihn gerne noch gefistet 321 sehr schön mit schimmel pimmeligen hier aber trotzdem was gerissen dark freeze und er kommt natürlich aus eckwinn ich bin dark priest aus eckwinn also oh gott also oh gott oh gott trotzdem hat unser charme wieder viel mehr geheilt als der dark priest geil na gut damit sagen wir an der stelle schluss und ich hoffe die episode hat euch gefallen falls ja denkt dran einen daumen da umzugeben oder ein netz kommentar zu hinterlassen und wir sehen uns denn das nächste mal ich bin der michi man ciao